Guck mich an. Du gehst jetzt rein, okay Bruder? Ganz einfach, du gehst rein, neben Klavierzimmer, nicht vergessen, neben Klavierzimmer. Kamera installieren, haust dein Headset an. Ja, zeig mal, ist das auch an? Hey Netay, ich darf da montieren. Siehst du das Bild? Jetzt schnell raus da. Rest machen wir, okay? Tresor überlasst uns, okay Bruder? Was, Anjola, was Kinderkacke? Was Kinderkacke? Wir sind hier nicht in Bagdad, so einfach wird das nicht. Das wird dein Ende sein und zwar für immer. Hier geht es da rein und verhaltet dich ganz ruhig. Habt ihr mich verstanden? Ja. Habt ihr mich verstanden? Ja, ein falscher Ton. Habt ihr mich verstanden? Ja. Wo sind wir? Schachmatt. Glaub mir, ich war es nicht.